Hallo meine Freunde und willkommen zu diesem Video von FIFA 18 Ultimate Team. Wir haben heute Donnerstag 19 Uhr und das heißt eins, die Weekend League Rewards sind hier. Und zwar nicht nur die wöchentlichen, sondern auch die monatlichen. Da habe ich Elite 3 geschafft, leider einen einzigen Sieg an Elite 2 gescheitert. Dann hätte es, glaube ich, 3 Informs mehr gegeben, glaube ich 15 statt 12. Sehr, sehr bitter. Es gibt das Elite Trikot, was ich habe und das Elite 3 Food Champions Set. Wöchentlich habe ich Gold 1 abgeschlossen, wie immer, 27 Wins. Gibt zweimal 100 Karsets und ein paar Münzen. Und ja, wir öffnen das jetzt einfach. Das wird eine ganz, ganz kurze Sache. Nichts weltbewegendes. Oh, die Bundesliga Upgrades sind noch gekommen. Gleich auf Twitter schauen, welche... Oh, der Scream Boost ist auch aktiv. Maradona und Owen sind da. Alter, muss ich gleich... Alter, Maradona. Maradona Prime ist da. Oh, Jesus. Okay. Da gucken wir kurz, was wir abgeben müssen. Eine Ikone. Drei Ikonen. Vier Maradona. Puh! Und Michael Owen, aber der ist scheiße. Okay, ja, gut. Ich will jetzt nicht mehr groß drum herum reden. Alter, ich bin gerade ein bisschen geflasht wegen Maradona. Ich muss den machen, ne? Rui Costa wird abgegeben. Fix. Auch wenn ich ihn liebe. Ähm, ja. Wir öffnen jetzt einfach mal das erste 100k-Set. Und... Warum ist das so grün? Griechenland. Einverteidiger. Sokrates. Ja, das... Das geht in Ordnung. Das geht völlig in Ordnung. Sokrates. Äh, der Rest ist scheiße. Aber behalten wir gleich mal für die Maradona SBC. Und den Rest... Stoßen wir ab. So, ja, aber mir geht es wahrscheinlich den Sound vom Pack hören. Das möchte ich zwar nicht. Ne, ich könnte jetzt eigentlich kurz, äh... Die Elgato ausmachen. Dann hört man das nicht. So. Machen wir gleich mal das zweite 100k-Set auf. Komm schon, gib mir ein Inform oder so. So. Der Frey. Oh Gott. Ne, das... Oh, der hat einen Upgrade bekommen, der Frey. Okay, das ist jetzt 84. Auch Kagawantos. Die beiden größten Trolls, die es gibt. Sind auch noch drin. Dann Sarabia und El Unussi. Zwei FC Basel-Spieler, aber der muss abgestoßen werden. So. Gibt es noch Promosets? Nur Bundesliga-Spieler. Ne, das interessiert mich nicht. Ähm... Ja, ich habe jetzt aber immer noch nicht geschaut, welche Bundesliga-Spieler-Upgrades. Bekommen haben, ne? Hummels, ne 89. Süle, ne 84. Goretzka-Upgrade. Werner auf ne 83. Kimmich auf ne 84. Okay. Coman auf 82. Bailey ebenfalls ein Upgrade bekommen. Uh, hat seine Inform vielleicht auch eins bekommen. Also man hat hier hauptsächlich Leipzig, Schalke, Bayern, Berlin, Dortmund und Gladbach Spieler. Radetzky noch. Und Finn Burgersson. Und sonst sind das nur diese Vereine. Ah, und Gebarminen, oder Barminen, keine Ahnung, von Mainz, warum auch immer. Warum auch immer. Kimmich, 72 Pace. Das ist nix. Naja. Das ist nix. Baumann, ne 83. What the fuck? Baumann. Ja, Steiner nur 83. Gintan, 79. Maximilian Philipp ein Upgrade bekommen. What the fuck? Hä? Ja gut. Egal. Wir öffnen jetzt das Elite 3 Food Champions Set. Und. Wir sind alles 81er oder höher. Und es sind 12 Stück drin. Einfach hoffen. Gib mir die Portugalschlagge. Oh, dann kommt Quaresma. Italien. ZM. Also. Die Karte sieht geil aus. Bonaventura sieht wirklich geil aus als Supersub. Muss man hier einfach mal erwähnen. Oh, okay. Dann kann ich den mal testen und Laurent Blanc verkaufen, wenn es sein muss. Ramsey auch sehr, sehr geil. Also eigentlich gute Rewards. Gute Rewards. Hier. Gleich ein Bildchen machen. Sind sehr, sehr gute Rewards. Also Bonaventura ist definitiv ein geiler Supersub. Ramsey sieht jetzt auch nicht so schlecht aus. Und Ake halt, ne? Und Ake halt, ne? Ake ist, ist anders. Und ja, dann kann ich noch Roblover kaufen. Dann kann ich Maradona Prime irgendwie machen. Mit, irgendwie drei Ikonen abgeben. Ähm. Gut. Also Bonaventura machen wir direkt mal ins Team. Da hatte ich vorhin als Supersub Mounier. Ake. Ake können wir gleich mal testen. Mache ich dann heute noch. Für, ähm, Laurent Blanc. Wen könnte man hier noch testen? Niemand. Und der Rest ist halt scheiße, ne? 5,81er. Das ist peinlich. Den kann man brauchen für ein Premier League Playoff der Month. Ne, ist kein Inform, ne? Hier. Ja, und das hier. Hier für das Rating. Ramsey sieht auch nicht so schlecht aus. Äh, ja. Und, ähm. Die Frage ist, wo packe ich Maradona hin, ne? Ja. Mateo ist auf dem Flügel und Rui kostet eins ZM. Ja, und mit, oder sogar 20 Spiele kannst du Maradona haben, ey. Michael Owen haben sie auch gebracht. Das sieht halt auch sick aus. Aber Maradona ist anders. Ähm. Ja, das war's für heute, meine Lieben. Das war's von den Rewards. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Viel Peckluck. Und einen guten Start in die Weekend League. Morgen gibt's einen Livestream. Definitiv. Am Abend. Dann werde ich wahrscheinlich auch Maradona gleich, äh, äh, abschließen. Und, ja. Läuft. Würde ich sagen. Und, ähm, ja. Einen schönen Abend wünsche ich euch noch. Tschüss.